In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man ein Bernoulli-Experiment richtig erkennt und wie man die Bernoulli-Formel anwendet. Damit man ein Experiment als Bernoulli- oder binomial verteilter Experiment bezeichnen kann, müssen drei wichtige Kriterien oder vereinfacht gesagt Eigenschaften erfüllt sein. In erster Reihe gibt es bei dieser Bernoulli-Experimente nur zwei Ausgänge. Allgemein kann man sie als Treffer und Nicht-Treffer bezeichnen. Um das Ganze besser zu verstehen, nehmen wir ein paar gedankliche Beispiele. Zum Beispiel eine Münze. Es kann nur entweder Kopf oder Zahl auftauchen, also Bernoulli-Experiment. Bei einem Würfel muss man schon ein bisschen aufpassen. Wenn man alle Augenzahlen gleichzeitig betrachtet, also alle sechs Augenzahlen, dann ist es natürlich kein Bernoulli-Experiment. Aber wenn man nur nach der sechs oder keine sechs schaut, dann ist es wieder ein Bernoulli-Experiment. Und so ähnlich sieht es auch in einem Eimer mit vierfarbigen Kugeln. Wenn wir alle vier Farben gleichzeitig betrachten, ist es natürlich kein Bernoulli-Experiment. Aber wenn man eine rote oder keine rote Kugel betrachtet, kann es wieder natürlich ein Bernoulli-Experiment sein. Zweitens. Bei einem Bernoulli-Experiment ist die Trefferwahrscheinlichkeit immer konstant oder sie bleibt gleich. Versuchen wir uns auch hier vorzustellen, was das wirklich bedeuten könnte. Und zwar, wir benutzen wieder die Beispiele von oben. Also, bei der Münze. Wenn wir jetzt nur die Zahl betrachten, egal wie oft wir die Münze werfen, beträgt die Wahrscheinlichkeit 50%. Also, die Trefferwahrscheinlichkeit bleibt gleich. Genauso sieht es aus auch bei dem Würfel. Wenn wir jetzt nur auf die Augenzahl 6 schauen, dann ist die Wahrscheinlichkeit für eine 6 natürlich immer ein Sechstel. Bei dem Eimer mit der Kugel gibt es ein kleines Problem. Es muss eine bestimmte Voraussetzung erfüllen, damit die Wahrscheinlichkeit für die rote Kugel immer gleich bleibt. Und zwar, es muss sich um eine Ziehung mit Zurücklegen handeln. Und genau dieser Merkmal macht die zweite Eigenschaft aus. Und zwar, Bernoulli-Experimente sind immer Ziehungen mit Zurücklegen. Das bedeutet, sobald ihr eine Aufgabenstellung erkennt, dass es sich um eine Ziehung ohne Zurücklegen handelt, kann es nicht mehr ein Bernoulli-Experiment sein. Und das dritte Merkmal, um vielleicht auch das Schwierigste zu verstehen, ist die Tatsache, dass die Reihenfolge der Ereignisse bei einem Bernoulli-Experiment wirklich keine Rolle spielt. Damit klar wird, was damit gemeint ist, nehmen wir wieder diesen Gedankenbeispiel von oben mit dem Würfel, wo es um eine 6 und keine 6 geht. Und wir versuchen jetzt dazu, uns eine einfache Aufgabenstellung vorzustellen. Also, wir gehen davon aus, dass dieser Würfel dreimal geworfen wird. Und wir wollen die Wahrscheinlichkeit bestimmen, dass genau einmal die Augenzahl 6 vorkommt. Zum besseren Verständnis werden wir uns jetzt kurz die Ergebnismenge für diesen Ereignis anschauen. Die kann beispielsweise so aussehen. Also, wenn ihr in der ersten Zeile hier schaut, dann ist damit gemeint, dass die 6 gleich beim ersten Wurf hier aufgetaucht ist und dass die anderen zwei Würfe keine 6 waren. In der zweiten Zeile gehen wir davon aus, dass die 6 beim zweiten Wurf rauskamen. Und in der letzten Zeile gehen wir davon aus, dass die 6 beim dritten Wurf rauskamen. Also, ihr seht, es ist eigentlich völlig egal hier, ob die 6 beim ersten, bei zweiten oder dritten Wurf rauskamen. Hauptsache, die 6 ist einmal dabei. Das bedeutet, dass die Reihenfolge nicht zählt bei diesem Ereignis. Und wenn das der Fall ist, dann handelt es sich natürlich um ein Bernoulli-Experiment. Jetzt wäre es natürlich interessant zu wissen, wie die Aufgabenstellung lauten kann, wenn die Reihenfolge nicht egal ist. Zum Beispiel, wie diese Teilaufgabe b. Bestimme die Wahrscheinlichkeit, dass nur beim ersten Wurf die Augenzahl 6 vorkommt. Also, diese Formulierung hier in der Aufgabenstellung, nur beim ersten Wurf, deutet indirekt auf eine Reihenfolge hin. Das bedeutet, das einzige Ereignis, was wir haben und zu dieser Fragestellung passt, ist das hier, wo nur am Anfang die 6 vorkommt. Also, klarer Hinweis, die Reihenfolge ist jetzt nicht egal und deswegen ist das kein Bernoulli-Experiment. Und keine Angst an dieser Stelle, wie man die erste Teilaufgabe mit Hilfe der Bernoulli-Formel löst, beziehungsweise die zweite ohne, werden wir gleich anhand unserer Beispielaufgabe sehen. Und jetzt unser Mittel zum Zweck, und zwar die Bernoulli-Formel. Die Bernoulli-Formel sieht wie folgt aus. Und wenn man damit nicht so geübt ist oder man es eine Weile nicht mehr gesehen hat, dann sieht es nicht so schön beim ersten Blick aus. Allerdings ist es eine Formel, die sehr einfach zu verwenden ist. Der Grund dafür ist ganz einfach. Wenn ihr euch die Formel ein bisschen genauer anschaut, dann besteht die rechte Seite dieser Formel, weil die interessiert uns hauptsächlich, nur aus drei verschiedenen Buchstaben. Einmal das N, dann K und P. Wenn man in der Lage ist, in der Aufgabenstellung die passenden Werte für diese Buchstaben rauszufiltern, ist es nur einsetzen und zusammenfassen. Und deshalb schauen wir uns jetzt natürlich an, welche Bedeutung diese Parameter haben. In erster Reihe N. N kann man auch vereinfacht bezeichnen als die Anzahl der Versuche. Zum Beispiel bei unserer Aufgabe von vorher mit dem Würfel. Stand an der Aufgabenstellung, wir werfen diesen Würfel dreimal. Kurz gesagt, N wäre 3. Offiziell heißt es übrigens auch Stichprobenumfang für den Fall, dass ihr diesen Wort irgendwo in einem Buch liest. Dann K. K ist die sogenannte Anzahl der Treffer. Ich beziehe mich wieder auf unsere Aufgabe von vorher. Wir wollten die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, dass genau einmal die 6 vorkommt. Dieser 1 ist die Anzahl der Treffer. Und P ist natürlich die Trefferwahrscheinlichkeit. Zum Beispiel bei der Aufgabe mit dem Würfel von vorher wäre das die Wahrscheinlichkeit für die Augenzahl 6, und zwar 1 Sechstel. Außerdem gibt es hier noch eine weitere kleine Besonderheiten, und zwar das hier. N über K. N über K ist das sogenannte Binomial-Koeffizient. Und ich gehe an dieser Stelle davon aus, dass es euch bekannt ist, wie man sowas auch ohne Taschenrechner ausrechnet. Wenn das nicht der Fall sein sollte, entweder oben rechts unter dem I-Punkt, oder am Ende dieses Tutorials im Abspann findet ihr auch dazu ein passendes Video. Und nach so viel Theorie wäre es natürlich an der Zeit, das Ganze an der vorherigen besprochenen Beispielaufgabe anzuwenden. Also, ein Würfel wird dreimal geworfen. Bestimme die Wahrscheinlichkeit, dass genau einmal die Augenzahl 6 vorkommt. Und zur Erinnerung, wir haben ja bereits gesagt, dass diese Aufgabenstellung binomial verteilt ist, weil alle diese drei Merkmale erfüllt waren. Und deshalb blende ich hier kurz rechts nochmal die Formel ein, damit man sich orientieren kann, wo man wo was einsetzt. Okay, wir fangen an, indem wir einfach N, P und K rausschreiben aus dieser Aufgabenstellung. Wir haben ja vorher bereits gesagt, N ist die Anzahl der Versuche, also dieser Würfel wird dreimal geworfen. Kurz gesagt, N ist 3. Dann P oder K als nächstes. Ist egal was, nehmen wir P. Es geht darum, dass genau einmal die Augenzahl 6 vorkommt. Also K, die Anzahl der Treffer ist 1. Und die Trefferwahrscheinlichkeit für eine 6, wie bereits erwähnt, ist 1 Sechstel. Jetzt setzen wir natürlich alles in dieser Formel ein. Also, P von X gleich 1, also für K setzen wir bereits schon hier die 1 ein, ist dann N über K, heißt für uns 3 über 1, mal P hoch K ist 1 Sechstel hoch 1, mal 1 minus P, das bedeutet 1 minus 1 Sechstel hoch N minus K, also 3 minus 1. Und jetzt versuchen wir das Ganze vor allem erstmals hinten hier zusammenzufassen. Also, 3 über 1 lasse ich vorher stehen. Dann 1 Sechstel hoch 1, ja, da braucht man einfach die Klammer nicht mehr, das ist 1 Sechstel. Und hier hinten haben wir 1 minus 1 Sechstel. Die 1 kann man gedanklich erweitern auf 6 Sechstel minus 1 Sechstel. Das sind natürlich 5 Sechstel in Klammer hoch 2. Gut. Unser Binomialkoeffizient wäre an der Reihe 3 über 1. Wie gesagt, die gehe ich hier an der Stelle davon aus, dass jeder von euch in der Lage ist, sowas auszurechnen. 3 über 1 ist übrigens 3, mal 1 Sechstel. Und hier sind die Zahlen so klein, dass man das sogar auflösen kann. Also 5 Sechstel hoch 2 bedeutet einmal 5 hoch 2, das sind 25. und im Nenner 6 hoch 2 sind 36. Zum Schluss tut man nur so weit wie möglich zusammenfassen. Davor sollte euch auffallen, dass sich das Ganze nochmal ein bisschen kürzt. Zum Beispiel die 3 hier vorne kann man kürzen mit der 6, da bleibt hier nur eine 2. Und dann haben wir hier im Zähler nur noch 1 mal 1 mal 25 sind 25. Und im Nenner 2 mal 36 sind 72. Also das wäre die Wahrscheinlichkeit für diese Teilaufgabe a. Und jetzt unsere Teilaufgabe b. Wie wir bereits besprochen haben, weil die Reihenfolge hier in dieser Fragestellung eine Rolle spielt, ist die Aufgabe nicht binomial verteilt. Also wir müssen die Wahrscheinlichkeit bestimmen, dass nur beim ersten Wurf die Augenzahl 6 vorkommt. Wenn in diesem Zusammenhang eine Teilaufgabe mal nicht binomial verteilt ist, gibt es eigentlich nur eine Alternative. Man stellt sich das Ereignis zum Beispiel als einen oder mehrere Wege im Baumdiagramm vor. Hier brauchen wir noch einen. Und zwar der mit einer 6 vorne und dann gefolgt von zwei Würfe, die keine 6 sind. Die Wahrscheinlichkeit für eine 6 kennen wir ja bereits, ist ein Sechstel. Und die Wahrscheinlichkeit beim Würfeln, dass man natürlich keine 6 wirft, ist 5 Sechstel. Das bedeutet, hier haben wir 5 Sechstel und hier haben wir 5 Sechstel. Und um diese Wahrscheinlichkeit jetzt auszurechnen, müssen wir nur die sogenannte Fahrtregel anwenden. Also ich schreibe jetzt kurz hin, p von klein b, das bedeutet die Wahrscheinlichkeit für die Teilaufgabe b, ist dann gleich 1 Sechstel mal 5 Sechstel mal 5 Sechstel. Ihr könnt oben ein Zähler zusammenfassen und Nenner. 1 mal 5 mal 5 sind 25 und 6 mal 6 mal 6 sind 216. Und das wäre die Wahrscheinlichkeit für die Teilaufgabe b. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Ihr habt gesehen, um die Formel richtig anzuwenden, muss man natürlich in der Lage sein, ein Binomialkoeffizient auszurechnen. Dann war das natürlich nur ein Einstiegsvideo in das Thema Bernoulli-Experimente bzw. Binomialverteilung. Es gibt noch viel, viel mehr interessante Sachen auf Klausur- bzw. Abiturniveau. Außerdem ist es wichtig, dass ihr die Bernoulli-Experimente auch in Verbindung mit dem Erwartungswert bzw. Standardabweichung kennt, sowie natürlich Bernoulli-Experimente oder Binomialverteilung mit dem Taschenrechner. Wenn Bedarf, Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kosten nichts.